Musik Hier ist auch nichts zum Anschalten oder sowas Ja, es war zu niedrig Okay, noch höher Treffe ich jetzt nicht, ey, jetzt ernsthaft? Wo treffe ich denn das Ding jetzt nicht? Hm Okay, jetzt bin ich grad ein bisschen Weil hier ist nix irgendwie zum Anmachen Kommt's nicht rein? Gar nix? Kommt's auch nicht irgendwie hoch oder sonst was? Hm Okay, das ist jetzt mysteriös Ich weiß nicht, wenn ich nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht, wenn ich nicht Ey, da kommst du auch nicht. Das ist jetzt komisch. Hier ist auch noch so ein Ding. Aber es ist nichts zum Anmachen oder sowas. Aber es sieht verdächtig aus. Verdächtig schaut es ja aus. Nah. Nee. Hmm. Auch nix. Okay, jetzt bin ich wirklich überfordert gerade. Weil hier ist so weit, so gut hier noch alles. Was ist denn hier? Wollen wir da hoch? Nein, auch nicht. Hacksilber, okay. Mhm, da unten geht's ja auch noch weiter. Nein, noch gar nicht geguckt gehabt. Bin ja straight gerade ausgelaufen. Vielleicht sollte ich mal runter gucken oder um die Ecke hier gucken. Bei mir ein Erbstück, okay. Eins von fünf. Naja, immerhin. Na, dann gehen wir mal hier runter. Hier ist nämlich auch irgendwas. Okay, dann lassen wir es jetzt selber. Okay. 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 Auch nicht. Links, rechts, nix. Irgendwo was zum Drücken. Das ist ja jetzt mysteriös. Ganz ehrlich. Bestimmt wieder irgendwo was. Ähm. Ne. Auch nicht. Okay, das ist jetzt sehr komisch. Okay. Muss doch irgendwie weiterkommen. Auch nicht. Hier hinten ist ja... ...in dem Sinne auch nix. Ich übersehe wieder irgendwo was. Okay, da ist ein Odin-Rabe. Odins Auge. Das ist wie so ein Horn. Was da oben ist, sieht aus wie so ein Horn. Aber wie kommen wir an das Horn dran? Weil frei hüpfen kann ich ja nicht. Ich denke mal, ich muss da irgendwie ran an das Horn. Aber wie komme ich da hoch? Also ohne unseren, äh... Sohnemann, war ganz schön aufgeschmissen, ne? Muss man ja ehrlich mal sagen. Hm. Sehen wir nirgends was zum Klettern oder sonst was. Ja, das ist ja echt jetzt... Okay, das ist jetzt irgendwie Gott. Entweder es ist was ganz Simples. Und dann hat er einen Blick, ja. Weil ich sehe nix, was ich hier machen könnte. Das ist das Problem. Aber wann wir gehen? Ich helfe. Ja. Kommt man auch nicht runter? Kommt man auch nicht hoch? Oder sonst was? Ich hätte gern mal einen Hinweis. Kommt man auch nicht durch irgendwie. Was ist denn das da oben? Das ist dieser Kumpel. Warte mal. Warum nehmen wir nicht... Hier, guck mal. Mann. Warum nehmen wir nicht einfach den Weg hier? Der Ed wieder, ne? Komplett verpeilt wie immer. Man kennt's ja nicht anders. Man kennt's doch nicht anders von ihm. Wahnsinn. Mein Gott, ey. Ah. Unsere Eisfreunde. Her mit der Kiste. Na, komm. Komm, mach deine Deckung auf. Na, schön. Mann, war ich in Rage-Modus. Mann, war ich in Rage-Modus. Mann, war ich in Rage-Modus. Nützend. Ach, come on. Kann doch nicht wahr sein jetzt. Mann, war ich in Rage-Modus. Der lässt sich die Typis. Da, mal ganz kurz nochmal umgeschaut. Ach, hier werden wir auch hochgekonnt. Okay, wir haben zwei Möglichkeiten. Hm. Hm. Okay, da kommen wir so noch nicht hin. Okay, jetzt hier. Sicke. Ich verstehe, jetzt brennt es. Und dann kommt das Ding runter. Sollte es zumindest. Okay, von der anderen Seite wahrscheinlich nochmal ran. Bauten dringend EPs. Wie gesagt, ich mag die Chaos fliegen viel lieber. Die spielen sich halt wirklich agiler, ne? Also wirklich, wirklich agiler. Oh, ist es jetzt runter? Immer noch? Ah doch, jetzt. Ah, Hacksilber. Okay, 3050 Silber. Das ist nicht schlecht. Mhm. Wow. What the? Oha. Oha. Was ist das? Ah ja. Es ist unehrenhaft, alt zu werden. Naja, es ist wohl nie zu spät, in den Kampf zu ziehen. Oh, mir ist noch was. Haben wir ein Erbstück? Na also. Okay, dann gehen wir mal runter. Gehen dann da hoch. Sack da runter. Jaja, wir kommen. Keine Sorge. Ach, guck an. Was haben wir denn hier? Mal ganz kurz gucken, was da noch ist. Äh, wenn du dazu da wirst, alles klar. Also geht's da weiter, definitiv. Na komm. Können die Toten Midgard verlassen, wenn wir den Brückenwächter töten? Das glaube ich nicht. Obwohl es die Sache wohl auch nicht schlimmer machen würde. Es ist ein Hindernis weniger für die Lebenden, um das Innere von Helheim zu erreichen. Aber wer wäre so verrückt, dort hinzugehen? Ja, ich glaube nicht, dass die Leute hierher möchten. Hm. Wieder zwei Wege. Oh, da drüben. Wieder zwei Wege. Oh, da drüben. Sieht mir sehr nach Backtracking aus, aber dazu habe ich ja ehrlich gesagt wenig Lust. Als ob das unser Problem wäre, ne? Ich glaube, das sollte das kleinste Problem sein. Ja, 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 ja. Wir kennen es ja nicht anders. Ja, 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 ja. Was ist das Ganze hier? Schon weg. Alter. Ja, ist ja gut jetzt. Oh. Was für ein Scheiß. Was für ein Scheiß. Ah, verpiss dich. Kleine Made. Wo ist er denn? Alter, ist das ätzend. Ja, ist ja gut jetzt mal. Ja, ist ja gut jetzt mal. Hey, mit seinen blöden Schießübungen. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Ja, hallo, 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 hallo. Oh, ich bin total. Oh, ich bin total. Aber ich bin total. Ja, ich bin total. Aber ich bin total. Na und ja, 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 alter, alter, ey, boah, was für ein Assi-Tüten-Boss. Da muss er denn. Wow, ey da. Wo ist er jetzt? Ja. Ja, ist er gut jetzt. Komm, stupf! Alter, Verwalter, Falter, sag ich nur. 45 E.P. ist ein Witz. Alter, ist das ekelhaft. Ich habe das Herz. Brauche ich sonst nichts? Das war's. Lieber schnell weg, ja? Mhm. Kratos. Zeus. Zeus? Mein Vater. Dein Vater war Zeus? Na, das erklärt einiges. Was ist dieser Ort? Halte dich fern. Verstanden? Wie kann er hier sein? Das ist nicht möglich. Es ist eine Illusion. Hehl foltert seine Bewohner mit der eigenen Vergangenheit. Machen wir uns auf den Rückweg zu deinem Sohn. Ja, erst mal einsammeln. Okay, jetzt zur Tür ist Waffenkammer. Okay. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Da hinten haben wir noch ein bisschen was. Ach. Warum? Ich hab dir doch gesagt, ich will dir helfen. Mach schon. Meine Ausrüstung ist in Midgard. Bin gleich zurück. Er wird sie doch nicht klauen, oder? Hier. Jetzt sind sie bereit, Glewinde von Hel. Ziel mit den Klingen auf diese magisch leuchtende Stelle und wirf. Ah, okay. Wusste ich doch, dass da irgendwas war. Und was jetzt? Winde von Hel. Winde von Hel sind in Stabil und können nur 10 Sekunden lang gehalten werden, bevor sie zur letzten Windfalle zurückkehren, okay? Puh. Ja. Interessant. Aber das mit dem Chaos-Dings kann ich noch nicht nehmen. Halten sie. Ah, muss ich echt ein bisschen beeilen? Jetzt ist ja überhaupt kein Problem mehr, mit den Viechern abzurechnen. Ah, aber wie kommen wir denn da oben ran? Okay, da geht's nicht. Da geht es. Hier kommen wir hoch. Oh. Da ist ne Kä... Also wir werden hier wahrscheinlich nochmal zurückkommen müssen. Backtracking. Ja, das ist schon wieder... Hm. Nicht sooo schön. Ja, das ist schon wieder gut. Was ist das Ding? The power of this weapon, any weapon, comes from here. The road ahead is long and unforgiving. You must be a warrior. Now be ready.